Einmal auf die Beine aufstehen. Einmal auf die Beine aufstehen, oder? Meint ihr nicht, dass es möglich ist? Sie müssen den Menschen nicht wehen dürfen. Die Beine aufstehen. Einmal aufstehen, ja. Aufstehen, Beine aufstehen. Hinschlein, Hinschlein, Hinschlein. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich möchte den Hinschlein, lassen Sie es bitte. Ja, so. Das ist die Beine. Das ist bei uns. Wenn Sie Hinschlein brauchen, müssen Sie sich nicht aufarbeiten.